Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge TNT Games Challenge zusammen mit Mysticad. Hi. Im Moment steht es 4 zu 1 für mich und wir machen jetzt weiter mit PvP Run. Los geht's. Nach einer längeren Wartezeit starten wir auch schon die Runde und einfach sich hier Leute umbringen. Das ist korrekt. Nein. Ja, ich bin noch dran. Ich komme auf die nächste Etage, dann können wir uns... Niemals. Nee, aber dann könnten wir uns theoretisch gegenseitig betteln. Okay, ich bin runter. Ich bin gestorben. Komplett. Ah, anscheinend konnte man auch getötet werden. Ja, das ist... Das war mir nicht ganz bewusst. Ich dachte, man haut sich damit nur irgendwie gegenseitig runter. Aber gut. Dann geht dieser Funkgeschick auch wieder auf dich. Ich denke... Schon. Also auf jeden Fall, weil du bist eh schon trod. Ja, eben. Wie ist du denn? Wie ist die Etage? Tiefste. Warum fokust die mich? Kann man da nicht wieder hoch? Nee, schade. Kannst du aber versuchen. Ich bin mehrere Double Jumps. Das ist der Schwert, nämlich. Die lebt halt immer noch. Na gut, dann geht dieser Punkt auch wieder an, KiwiCraft. Wie ab in die nächste Runde zur Box. Ja, direkt Leute sind gleich am Anfang draußen, Ding. So viel zum Thema. Ja. Da ist mich mit dem Typen runtergefallen, weil der mich angehört hat. Oh, das ist schlecht. Doch, tiefer. Damit geht der Punkt an dich. Dann spielen wir als nächstes Bo's Bluff. Zehn Sekunden geht's los. Fünf. Vier, drei, zwei, eins, go. Let's go. Ich wäre fast runtergelaufen. Unter einem geht's nicht automatisch weg. Das ist angenehm. So, erste Person runter. Es leckt ein bisschen. Also, einfach nicht das Video. Okay. Ach, scheiße. Nein, nein, nein. Ah, das war so dumm von mir. Ich wollte mich noch irgendwie safen und wieder nach oben kommen. Und dabei bin ich einfach verreckt. Dann steht's jetzt. Okay. Okay, okay. Was ist eigentlich dieses Arrow Wallet? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass da rundherum die Pfeile kommen. Okay, ich fliege mich schon ziemlich viele Pfeile. Ja, schon. Ich habe halt selbst Angst zu laufen, weil ich mich auch Angst habe, dass ich runtergeschossen werde, wenn ich stehen bleibe. Ja, durchaus verständlich. Weißt du mich gerade an? Ich bin runtergefallen. So. Ui. Na, war Hinbußbliefer besser als so. Na gut. Ja. Damit steht's dann. Also, da wir jetzt, äh, schon alle Spiele durchgespielt haben, werden wir, ja, werden wir jetzt noch ein paar Runden gegeneinander spielen. Wahrscheinlich drei und es wird jede zählen. Du müsstest jetzt drei Runden gewinnen, dann hättest du komplett gewonnen. Wenn ich auch nur eine gewinne... Dann hast du gewonnen, dann können wir gleich erfahren. Oder wir spielen dann auch noch mal, wo man zu kampeln. Nein. Puh, hier nochmal unter mir probieren, wegzumachen. Ich versuche wieder hochzukommen. Ja, ich mach den frei. Okay. Ja, okay, gut. Okay, gut. Das war absolut keine Absicht. Was, dass ich dich weggeboostet habe? Achso, du hast dich weggeboostet? Ich dachte, ich hab Doppeljump gemacht. Das Problem ist, ich muss dann halt wirklich runterkommen, wenn du hier unten bist. Weil, sonst hast du da deutlich bessere Chancen, weil du mich einfach von unten wegmachen kannst. Hm, wegzumachen. Nein. Ja. Mystery Cat won the duel. Ja. und da war schon so ziemlich alles weg ich hab gar nichts gemacht ja schade da kommt man nicht hin oder war ein Loch jawohl damit hast du gewonnen das war's mit der heutigen Folge ich hoffe es hat euch gefallen hier steht jetzt noch mal wie viel ich gewonnen hab bis zum nächsten Mal tschüss tschüss